Und wem brauchen wir heute Abend ganz besonderes Ruder. Hier in der Halle sieben Warnfahrt-Männer. Die müssen sie in den sieben, acht, neun Mann spielen. Ich muss doch scheiße machen, Freunde. Wir haben jetzt die Spiele von der AG Saarlouis. Wenn jetzt wieder diese Videomacherei losgeht. Ich meine, sie ist gleich am Freikon. 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 Vielen Dank.